Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stoneheart! Jetzt in der 64-Bit-Version, ja, und das sind die neuen Hunger-Icons. Nicht unbedingt hübscher als die vorher, muss ich sagen. Hm, vielleicht ändern die sich ja noch. Das ist jetzt nicht so hübsch, würde ich mal so behaupten. Okay, das Haus ist fertig. Wir wollen nun die erweiterte Workbench bauen von unserem lustigen Carpentier. Ich werde damit noch vorbestellen. Ich lasse gerade 30 Zäune bauen. Für unseren Trapper, der schon sehr bald, der ist schon Level 2. Und sobald er Level 3 erreicht, wird er natürlich direkt zum Farmer umgebaut. Denn wir, oh Gott, Koblenz. Denn wir haben, ähm, wisst ihr was? Den schicke ich direkt drüber, bevor es nur zwei Koblenz sind. Koblenz. Äh, nein. Add Member. Add. Und dann Party 1. Danke. Und go. Äh, was wollte ich gesagt haben? Keine Ahnung, ich hab's vergessen. Attack! Bevor, genau, äh, er soll, ähm, gescheppert werden. Damit wir neue Tierchen kriegen. Die neuen Tierchen mal gucken. Neue Chickens. Und Cheep. Und... Was war das noch? Moment. Solange der hier drauf rumkloppt, äh, gehen wir mal ganz kurz in die Patch-Notes quasi rein. New Content. Rabbits. Poyos. Das sind, glaube ich... Achso. Häschen und Poyos. Also Chickens. Chicken-artige Viecher. Geh die Viecher verhauen. Die kommen eh... ...zurück. Äh. Na? Poyos. Ja, 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 ja. Na, erstmal den... Dann lass es halt. Ach, komm. Er wird ins Un... Er wird ins Unendliche rennen. Top! Okay, mach den fertig. Gut. Alles gut. Lut! Jetzt komm nach Hause, Junge. Junge, komm nach Hause! Schon weit weg. So. Ihr habt alle Hunger? Ich weiß, aber wir haben doch gerade, ähm... Tunips hier geerntet. Leute, was ist denn los mit euch? Äh. Ah, er hat ihn gesehen. Okay. Das machen wir auch mal endlich fertig da. Äh. Kommen sie schon. Naja, weiß ich nicht. Während er sich da prügelt... Können wir dem, äh... Carpenters-Menschen mal, ähm... Halt, stopp, hallo? Oh, jetzt, 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 jetzt. Ähm... Sagen. Build Workshop. Warte mal. Können wir ins Inventar gucken? Ne, doch. Nein, hier. Mein Gott! Das wollte ich tun. Da, Workshop. Next-Gen Workbench. Die sieht schon sehr cool aus. So ein halber aufgeschnittener Baumstumpf. Das ist schon geil. Los, Leute! Ihr braucht doch dringend was zu bauen, wa? Wie wärs mit einem... Ich hab keine Ahnung, womit... Was wir bauen als nächstes? Hm. Ein Workshop. Aber... Ich weiß nicht. Ich hab was eigenes kreieren. Als die ich schon bereits gemacht hab. Das ist irgendwie... Aber bevor ich jetzt hier wieder fett mit Bauern anfange... Oh ja! Ist das nicht hübsch? Hä? Ähm... Brauch ich den Kleinen überhaupt dann noch? Keine Ahnung. Ich glaub ich brauch sie beide, ja. Ähm... Okay! Ähm... Was wollte ich bauen? Gar nichts. Ich wollte es mir noch angucken. Haha, okay. So. Ja. Ähm... Wir können... Ah, genau. Wir können den Weaver mal aktivieren. Hiermit. Kraft. Flup. Nach oben. Hopp. Okay. Einen Weaver, damit wir hier den Leuten was zu tun geben. Ähm... Ich überleg grad, was will ich als nächstes bauen und wo will ich es hinbauen? Ich denke hier so. Wir müssen mal die Bäume hier entfernen. Halt, stopp. Äh, wie bekomme ich jetzt von den Dingern Setzlinge? Kann mir das mal jemand erklären? Kann ich irgendwie Setzlinge anbauen? Kann ich... Wenn ich auf Farm gehe? Wurde mal was hier. 2x2. Ja! Oak Tree Suppling! Out of trees, get ready to participate in reforestation. Reforestation, heißt das so? Reforestation, ja. Okay. Cool! Oh, la shit! Lass den wir erstmal sein. Remove. Erstmal müssen wir sowieso Bäume abfällen, damit wir hier... Abfällen? Ja. Ich glaub schon so heißt das. Äh, damit wir... Äh, überhaupt, ne? Hier... Ordentlich bauen können. Jetzt... Mensch. Ah, gut. Weiter erwischt. Schön. Schön! Wie schaut's dir aus, Freunde? Der Sonne? Was ist hier los? Da ist noch ein Goblin. Können wir den mal fertig machen, bitte? Ist das ein Thief? Engine 6. Pedita. Attack! Sonst bewegt sich hinten nix. Ja, gut. Gut, 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 gut. Ja, 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 ja. Da sind wir ja. Außerdem sneaker ich in mein Camp. Ich camp... Ich sneaker ihn. Sein Camp. Ja. Ist das schon ein Unterschied? Von, äh... Das ich kann. Hinterher! Los! Bevor er wegrennt! Bevor er wegrennt! Ja! Bäm! Wup, wup! Äh, ich liebe es. So. Okay, vielen Dank. Ab nach Hause! Ab nach Hause! Hallo? Ähm... Loot this and you can go heim. Los, los, los! Nicht sacken, please! Das dauert. Oh Gott! Mach keinen Scheiß. Mal gucken. Mal gucken, was so passiert. Ja, ihr habt alle Hunger. Ich weiß. Was soll ich denn machen? Der Trapper isst nicht so schnell und... 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 das fällt erst recht nicht irgendwie. Können wir hier nochmal ein paar Carrots dazu packen, bitte? Ähm... Noch so ein Feld. Ja doch, hier... 7 x 10 mit... Carrots. Fast growing. Jawohl, ja. Ja, ne? Gut. So. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Äh... Wie schaut's aus? Ich hab eine... Weaver-Gedingsbumse gebaut, ne? Drei haben wir noch übrig. Ja. Changed up. Weaver. Weaver. Sehr cool. So. Weaver-Workshop. Oh. Kraft. Was haben wir noch? Wir haben einen Spinning-Wheel und wir haben einen Loom. Sehr, sehr geil. Kannst du irgendwas Neues machen, ne? Nö. Das war auch nicht schlimm. Ah. Huh. Cup in Level 4. Nicht schlecht. Was kannst du jetzt? Du kannst jetzt alles, ne? Und feine Sachen kannst du auch bauen. Ja. Wir brauchen auch bald mal einen Schüssel-Menschen für... einen Löffel für den Koch. Und neue Haflinger. Und was zu essen, aber ganz dringend. Komm, Ernte. Aber hopp, hopp, hopp. Ah. So. Ich hab Zäune gemacht, ne? Ja. Okay, wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich versuche jetzt mal... Hier, können wir jetzt mal kurz Speed reinhauen, damit ich hier aufräumen, damit ich hier was hinbauen kann, bitte. Schlücksche trinken. Ich denke, hier baue ich ne Mauer hin. Und hier. Ah. Daily Update. Verkackt sowieso. Ja, danke. Tschüss. Ganz voll vergessen. Ey. Oh, ich hab ne gute Idee, glaube ich. Woher kriegen wir das hin? Kann man das überhaupt machen? Kann man das überhaupt machen? Oh, ich hab ne gute Idee, glaube ich. Oh, ich hab ne gute Idee, glaube ich. Ähm. Ähm. Das ist eine sehr gute Frage. Hier, mein Block. Oh, das probieren wir auch sowas von, Freunde. Oh yeah, Baby. Seht ihr, was ich vorhabe? Wisst ihr, könnt ihr schon ahnen, was ich vorhabe? Das wär so geil, wenn das geht. Ich glaub ich, okay, da kommen wir nicht dran. Ähm. Ähm. Dann, wie mach ich am cleversten. Ähm. Ja, bring das mal weg, danke. Das. 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 Ja, so ist fein. Ähm. Puh. Da muss ich, glaube ich, meine Leiter bauen. Ähm. Leiter, Leiter, Leiter. Bauen. Hier, Leiter. Einmal hier hin. Einmal hier. Ja. Okay. Äh. Weil. So. Ich baue jetzt eine Treppe in diesen Berg. Weil wir's können. Ganz einfach. A trader approaches in your town. Yeah. Äh. Was will er denn? Eight wooden window frames. Three curtains in exchange. Ne? Ich will, wenn wir dich betten. Betten wär geil. So. Ihr habt die Dinger gebaut, ne? Ja, gut. Jetzt können wir mal, ähm. Hier ist auf Slow, ne? Ja. Wunderbar. Oh. Das. Pflanzen wir mal eben kurz hier hin. Zack. Ja. Da bauen sie. Sehr schön. Vielen Dank. Äh. Da wird's grad nicht so clever. Nein. Äh. Remove. Nein. Ja doch. Remove. Remove. Und das darfst du eben noch reinmachen. So. So. Und zwar. Und zwar. Bauen wir die noch weg hier. Und dann. Das wird ein bisschen anders vorgestellt eigentlich. Aber das kriegen wir schon hin. Und zwar. Kommt da dran? Kommt da dran? Ja, ne? Da auch. Ja. Ja. Sehr gut. Hier steht voll im Weg bis jetzt eigentlich. Dann einmal das weg. Das weg. Und. Das weg. Oh. Ist nicht so einfach, ne? Dann muss ich mal von hier oben bauen. Und zwar. Das weg. Ja. Ihr habt Hunger. Ich weiß. Der. Farmer. Stucked. Hallo. Hier ist der Farmer. Ich glaube ich reloade mal ganz kurz. Ähm. Save and load. Hier. Ähm. Override. Ah. Und einmal. Load game. Kann jetzt ein bisschen dauern. Aber. Ich will nicht, dass mein Farmer stuck. Das wäre gemein. Aber hier können wir so ein mehrschichtiges Plateau hinbauen. Das wäre so cool, wenn das gehen würde. Also. Schön aussehen würde. Gehen tut's ja irgendwie. Das muss auch schön aussehen. Das ist die Hauptsache. Äh. Äh. Ich kann ja mal. Kann ich das überhaupt? Ich glaube fast nicht. Ähm. Davon müssen wir eben. Wir haben das Leid. Dann mal kurz. Ähm. Stoneheart. Äh. Googlen. Denn. Hier gibt's ein so ein schönes Bild von Stoneheart. Was äh. Quasi. Hallo. Aha. Ähm. Was. Ja. 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 Das mal schaffen würde. Wäre das echt krass geil. Ähm. Das quasi in. Womit das. Womit Stoneheart released wurde. In die Alpha. Ist halt ein Bild. Äh. Ah. Ja. Sieht schon geil aus. Das ist leider ein Bild. Was released wurde. Bist du? Er macht weiter gut. Ähm. In einer Version. Die nicht im geringsten Spiel war. Man macht ja meistens Screenshots. Und. Bilder. Ähm. Vom. Ja. Spiel. Wenn es noch nicht. Spielbar ist. Und. Das ist halt auch so ein. Äh. Teil quasi. Wo quasi nur die ganzen Sachen zusammengesteckt sind. Ähm. Um es zu fotografieren. Und nicht um damit spielen zu können. Und es ist einfach so cool. Das ist das Hintergrundbild von meinem Thumbnail. Und das ist so schön. Mit. 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 mit Schäfchen und Kürbissen in unterschiedlichen Größen und auch Reet, aber in anderer Form. Weil damals haben wir sich halt alles ganz anders vorgestellt. Das ist nicht einfach hier. Ähm. Hör. So. Ja. Das Ding noch. Nicht zu vergessen. Eins, zwei, drei Treppchen. Ja, ja, ja. Zack, zack, hier noch. Dann darfst du hier wieder hochgehen. Ob das gut geht? Oh Gott, ich weiß ja nicht. Ja. Und dann das noch. Ich frag mich grad, wie es mit der nächsten Ebene ist. Oh Gott, ich muss mal langsam wieder aufhören, oder? Was passiert, wenn ich das jetzt tue? Ah, sie fallen. Gut. Das ist gut. So ist gut. Ja, 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 ja. So gefällt mir das. Okay, dann brauchen wir hier nochmal drei. 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 Das ist Frickelarbeit, ja. Aber es geht. Dann hier. Oh Gott. Nee, halt, stopp. Halt, stopp. You move. Ai, ai, ai. Ich würd sagen, ich fummel hier noch ein bisschen, ja, auf Screen. Und zeig euch das wunderbare, wundertolle Ergebnis von diesem wunderbaren, geilen Aufgang hier, ne? Ich würd sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.